Das Controlling-Team im WIFI Oberösterreich besteht aus neun Personen. Zu den Hauptaufgaben auf unserer Abteilung zählen die laufende Buchhaltung für die WIFI Oberösterreich GmbH und die WIFI ÖFA GmbH und auch die Erstellung der Jahresabschlüsse mit den Bilanzen inklusive dem Konzernabschluss. Eine weitere wichtige Aufgabe ist auch der Zahlungsverkehr. Beispielsweise werden hier für die rund 3.000 Trainer, die im WIFI Oberösterreich jährlich tätig sind, über 30.000 Honorarabrechnungen jährlich überwiesen. In der Kundenbuchhaltung werden bei uns jährlich rund 70.000 Rechnungen durchgeschleust und auch eine einliche Anzahl an Zahlungseingänge verbucht. Was mir besonders gefällt am Aufgabenbereich ist, dass wir neben der normalen Laufzeit arbeiten und Routine-Tätigkeit noch sehr viel Kontakt zu Kunden, Trainern und auch anderen Kollegen im Haus haben.